Fotofreunde, geht hart weiter, die Ende ist direkt weg und jetzt habe ich den Tilo beim Pausemachen erwischt. Darf man das so sagen? Ja, darf man. Ich glaube, es gibt kaum einen von euch, der den Tilo nicht kennt. Darf man bessere Hälfte sagen? Eine der besten Hälften? Eine Hälfte. Eine Hälfte von Martin Krolok. Du bist ja in letzter Zeit, zumindest gefühlt wie meine, war es auf YouTube, öfter auch in den Videos zu sehen. Stimmt, ja. Ich sage mal so als Außenstehender, das ewige Thema Krolok und Gers, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr aufgreifen, finde ich, sondern ihr seid ja, wie groß ist euer Team? Das ist so eine Sache, die ich jetzt immer frage. Man sieht ja die eine oder andere Dame, die noch mit dabei ist. Davon haben wir auch ein paar, ja. Stimmt. Wie viel seid ihr so aktuell? Weil das kriegt der Zuschauer, glaube ich, also normalerweise jetzt erstmal nicht hinter den Kulissen mit, ne? Aktuell sind wir natürlich Krolok und Gers, logisch. Ich muss das immer, ich muss das visualisieren mit Arbeitsplätzen. Wir haben ein Bild bearbeitet, den Mirko, dann sitzen da noch vier, also sind wir schon bei fünf plus zwei, plus eine Praktikantin haben wir gerade. Okay. Also wenn ich jetzt irgendeine Frage stelle, wo du sagst, das ist Firmengeheimnis, das schneiden wir dann raus, dann sagst du Joker, ist ja ganz klar. Wie lange? Ich hätte jetzt gesagt, dein Gesicht würde ich jetzt drei Jahre, zwei Jahre verorten, so ungefähr im Team? Das Gesicht vielleicht ja, aber ich bin schon länger dabei. Okay. Also das heißt, dein Aufgabenbereich hat sich verändert oder du bist jetzt langsam zur Rahmen? Vielleicht fühle ich mich jetzt wohler damit. Okay. Ach, das ist ja interessant. Also hattest du am Anfang wirklich, dass du sagst, pass auf, ich mach zwar, aber so, ich muss jetzt nicht in der erste Reihe, so wie wir jetzt hier sitzen, quatschen. Oder vielleicht war es auch gar nicht so nötig, aber dadurch, ich glaube, das hat sich ein bisschen durch die Destination Sachen auch geändert, wo wir ja auch ein bisschen anderen Einblick zeigen wollten, als jetzt so Frontal, Frontalunterricht sage ich mal, sondern auch ein bisschen das Erlebnis dahinter so ein bisschen zeigen oder so. Und zum Beispiel, da Martin und ich uns eh uns viel unterhalten, dachten wir uns, gut, wir können auch eine Kamera daneben stellen und es aufnehmen. Bei euren NeuTalks hat man den Eindruck, dass ihr das ein oder andere Thema habt, was ihr abarbeiten könnt. Jetzt mal komplett abseits vom Job. Was ist deine Marke? Womit fotografierst du? Oder ist dir das eigentlich egal? Du sagst, ich bin ja bei allen Marken zu Hause. Es kommt sehr darauf an. Also ich fotografiere auch zum Beispiel viel analog. Da ist es Nikon tatsächlich. Also stetig wächst meine Nikon-Sammlung. Das ist aber auch so ein bisschen der Sache geschuldet, dass ich nicht viele Baustellen gleichzeitig öffnen wollte, sammeltechnisch, weil Budget ist ja begrenzt. Ah, auch noch eine Sammelleinschaft? Ja, tatsächlich. Für Nikon auf jeden Fall. Wenn du analog technisch unterwegs bist, welche Body nutzt du da? Kommt es ja darauf an. Also ich sehe es war zahnt sich, liebe Zuschauer. Nein, am liebsten eine F3. Wenn ich aber Autofokus haben möchte, eine F6 oder eine F4. Wenn du digital fotografierst? Bin ich oft auch faul und bin deswegen auch bei Nikon. Das klingt sehr abwertend, so soll es gar nicht sein. Aber das ist ja auch ein bisschen, was heißt Kernkompetenz, aber es geht ja auch darum, dass wir... Ich komme mit allem gut zurecht. Ich benutze auch alles tatsächlich sehr gerne. Also von Sony, Fuji, Panasonic benutze ich auch privat viel, eine G9. Ja. Vielleicht mal bald ein Upgrade auf eine G9 II. Aber ich habe auch eine Q2, also Leica. Und ja, so eine mitnehmen kann man dann. Aber dann bist du doch jetzt der richtige Mann zuvor. Man redet ja mal von dem Leica-Gefühl. Ja. Ja, gibt es leider halt schon. Ja? Ja. Aber greifen kann man es nicht. Reine Emotionen. Ja. Weil ich denke, also ich sage ja immer, wenn ich Videos mache, ich finde es immer schade, dass man Markenwashing betrieben wird. Letztendlich ist es auch, finde ich scheißegal, worüber man von da führt. Geht doch um die Sache. Ja, also es ist ja auch schön. Also nur dadurch kann man ja auch sehen, was sich überhaupt verändert. Ja. Und was irgendwie einem liegt oder nicht liegt. Und das, also ja, so eine eierlegende Wollmilchsau gibt es halt nicht. Aber ist es nicht enorm schwierig, auch das System, also jedes System lässt sich ja nun mal ein bisschen anders bedienen. Ja klar. Man sagt ja immer, eine Kamera in die Hand und guck jetzt mal, wo du drauf klarkommst. So, als ich irgendwie angefangen habe, hatte ich, ich glaube, ja, ich hatte irgendwann mal eine Rich-Kamera. So, das war dann aber irgendwann, dann habe ich eine Kernanhand gehabt und eine Nikon. Und bei mir ist es jetzt Nikon gewesen, weil ich mochte einfach die Art, war nicht meins, war nicht zu wenig. Aber ich merke jetzt halt, wenn ich zum Beispiel von Butterwarn jetzt, die kann man da annehmen, Sony, da brauche ich das mal. Also wenn ich wirklich abliefern muss, dann macht mir das schon ein bisschen Stress. Das ist ja normal. Oder bist du da wirklich so das Multitalent, dass sagst, ich switche sofort um? Nee, Talent würde ich nicht sagen. Nee, aber ja, das macht die Gewohnheit. Und wir benutzen halt viel gleichzeitig, um halt auch referenzieren zu können. Also, wenn ich jetzt das erste Mal eine, keine Ahnung, wenn es jetzt eine neue Kameramarke auf der Welt geben würde, braucht man immer Zeit. Also ich hatte zum Beispiel, als ich das erst mal eine Fuji in der Hand hatte, dachte ich mich am schwersten getan habe, weil es dann mit dem Konzept ja ein bisschen anders ist. An mir war das ganz schlimm mit Olympus. Olympus, okay. Das war, ich meine, Fotokina 2016, 2014 oder so, da konnte man sich die Dinger noch ausleihen irgendwie. Da habe ich mir eine ausgelegt. Ich habe sie, glaube ich, nach drei Minuten zurückgebracht, weil ich kann, ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Ja, komm, dann hat sich wahrscheinlich auch geändert. Ich kriege vom Padawan schon ein Zeichen. Wir müssen wieder. Genau, ja, wir müssen auch einen Vortrag wieder hören. Rädchenfrage zum Schluss. Ja. Die Welt geht immer runter und du musst dich für eine Brennweite entscheiden, auf Vollformat gerechnet. Oder auf Kleinbild gerechnet. 40 mm. 40? Ja. Boah, da gibt es ja, überlege ich mal. Gibt es was Schönes von Nikon? Ja, ja, genau. 40 F2, ne? Ja, genau. Spannend. Lassen wir mal so stehen, ne? Gerne. Liebe Zuschauer, Thio, vielen Dank. Warte, da kriegst du noch einen Aufkleber von mir. Oh, geil. Kann ich... Schamlose Eigenwerbung jetzt für mich. Ja, nein, mach mal, genau, hau mal raus. Hast du, bist du Insta, wo können die Leute dich finden? Ja, zum Beispiel bei Insta, aber das ist jetzt schamlose Eigenwerbung für meinen Podcast. Ach, guck mal. DÖF, DÖF. Mach ich mit einem Kumpel zusammen. Also, wenn man nicht Nomadic macht. Aber hier steht ja jetzt was ganz anderes drauf. Ja, es ist nämlich leider nur ein Podcast. Aber der eigentliche Podcast steht da unten drauf. Genau. Genau. Blende ich nochmal ein, weil der ist sehr klein. Ich habe meine Lesebrille wieder nicht auf, da sehe ich jetzt gar nicht. Also, wer noch mehr hören will und weniger sehen, der ist da lang geworden. Ja, der Podcast kann die Welt nicht genug gebrauchen, sage ich immer. Finde ich auch. Finde ich auch. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast bei dem Stress. Boah, unfassbar der Stress. Genau. Danke. Gerne.